Willkommen zurück zu Match Nr. 6. Wir bitten an den Tisch die beiden Referees, Tom und Justin! Match Nr. 6, das Supermatch. Die beiden Athleten. Der erste Athlete. Er ist 30 Jahre alt, wiegt 99 Kilogramm. Favourite Move, High Hook und Can Opener. Begrüßt mit einem fetten Applaus, Felix Koppel! Der zweite Athlete. Er ist 34 Jahre alt, wiegt 137 Kilo. Favourite Move, Top Roll. Begrüßt mit einem fetten Applaus. Rampau! Match Nr. 6, ready, go! Rampau! Rampau! Schönen Sie ihn! Felix, du hast das! Hau ein, der noch mal! Komm, Rappau, kein Begadet! Felix, du hast das! Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Wir sehen keine Knuckles. Immer noch nicht. Keine Knuckles. Stopp! Der Referee ist gut. Musik Musik wmiş Musik Wim you toame. Musik 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 Ich bin ein Applaus. Keine Nachlangen. Keine Nachlangen. Keine Nachlangen. Keine Nachlangen. Go! 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 Don't move. Don't move. Don't move. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.